so weil leonardo das anspricht jetzt also wir machen community treffen könnt ihr euch mal dick in kalender eintragen jetzt gucke ich selber noch mal nach dass ich euch hier kein falsches datum sage wir machen community treffen gegen köln weil bayern hätte ich irgendwie komisch gefunden muss ich ehrlich sagen außerdem will ich lieber wenn vielleicht manche selbst wenn es nur zehn leute sind die sonst nicht ins stadion gegangen wären will ich lieber dass sie gegen köln ins stadion gehen als gegen bayern da wird sowieso wieder volle bude sein wobei bei dem moment weiß man nicht mal ob gegen bayern ausverkauft sein wird wenn wir mal ehrlich sind das ist dann meiner meinung nach der zwölfte elfte und da ist auch ein samstag 15 30 ist einfach optimal ja dann kannst du dich um 11 uhr oder so treffen zum community treffen vielleicht sogar um zehn überlege ich mir dann noch mal vielleicht können wir dann mal eine umfrage machen wie viele leute kommen und die dementsprechend machen was dann früher damit ich auch viel mit den leuten sprechen kann oder mit euch besser gesagt also zwölfter elfter machen wir community treffen ja ist vielleicht ein bisschen kühler wobei der winter ja meistens jetzt erst richtig krass nach neujahrs wechsel anfängt ja also das könnt ihr euch eintragen zwölfter elfter wird ja nicht das letzte community treffen sein angepeilt ist ja in der rückrunde auf jeden fall gegen bremen wäre natürlich geil wenn nico da auch kommt aber zwölfter elfter solltet ihr euch alle solltet ihr euch alle auf jeden fall freinehmen wir werden es dann wieder da machen wo wir die letzten beiden community treffen auch gemacht haben wobei ich gesehen habe warum auch immer gegen leverkusen ist da überall polizei stand keine ahnung ob die uns dann wegschicken da müssen wir vielleicht umziehen aber ich fand den platz eigentlich ganz geil außerdem hat es einfach tradition ja drittes community treffen muss auch da stattfinden wo das erste und zweite waren wäre gerne gekommen lebe aber in österreich ja ich hätte es auch gerne früher angekündigt aber geht ja immer nicht wegen der terminierung sonst hätte ich da auch früher angekündigt dass vielleicht manche leute die dann sowieso mal nach berlin wollen dass ich das planen können jan bsc hast du dich umgenannt umgenannt digga ist doch jan oder ach so da steht es ja sogar hi tom wie geht's danke für 200 namensänderungs bits fährst du nach leipzig ja das ist dann die zweite ankündigung ich würde mich sehr sehr freuen wenn ihr alle vielleicht auch mal die erste auswärtsfahrt mit nach leipzig antretet also ich werde auf jeden fall mit dennis fahren wir gucken mal wer da noch so mitkommt auch von seiner familie die haben ja einen größeren van bus da fahren wir dann hin also wenn jetzt nicht alle zusammen fahren aber wir können uns da sicherlich treffen ich kenne mich da jetzt nicht so aus wo man sich davor treffen kann kommt auch aufs wetter natürlich an aber bei einer auswärtsfahrt ist es ja relativ leicht sich zu identifizieren sage ich mal und ich fände es halt richtig geil wenn man einfach nur mal so zwei drei leute wenigstens motiviert dann auch hinzufahren warum auch immer fände ich ganz geil vielleicht dann solltet ihr mir einfach auf instagram folgen vielleicht machen wir es auch so dass man sich dann in der stadt vorher trifft oder so also wir werden rechtzeitig hinfahren das ist ja 18 uhr 30 wir werden rechtzeitig hinfahren so dass man vielleicht vorher noch ein bisschen in der stadt ist oder oder sich dann vorm stadion noch treffen kann das wäre natürlich ganz geil das würde ich dann auf instagram spontan posten weil es natürlich nicht so wie bei einem heim community treffen ist dass ich dann da mit bier ankommen kann oder so das wird dann ein bisschen kompliziert alles also das ist jetzt geplant auswärtsfahrt am liebsten natürlich mit auch ganz vielen leuten von euch die eigentlich nie auswärtsfahrten machen da würde ich mich sehr freuen wenn ihr dann auch mitfahrt und damit wir den leipzigern mal zeigen selbst wenn die da 5 0 gewinnen sollten dass wir da einfach stimmung machen und einfach mal zeigen warum denn leipzig so gehatet wird und es ist scheißegal dass ob die da gute arbeit machen oder nicht sondern dass wir ein traditionsverein sind mit richtig heißblütigen fans top wollte ich schon nach leipzig fahren sehr gut sehr gut aber wie gesagt leipzig ist kommt darauf an wo in berlin du wohnst von mir zu hause sind es anderthalb stunden mit dem auto ja also wenn du langsam fährst vielleicht zwei stunden aber das geht schon ja und mit dem zug ist glaube ich sogar noch schneller da kommt halt auch darauf an von wo 15 genau louis schreibt gerade rein 15 10 da ist leipzig muss jetzt mal gucken das ist spieltag nummero zehn ja da deutet sich dann auch einiges schon an wann man wo man quasi in der tabelle landen wird und ich finde ich würde mir wirklich sehr wünschen dass leute die noch nie eine auswärtsfahrt gemacht haben vielleicht weil das ist so das erste wo man jemanden ranführen kann ich meine union wäre natürlich noch näher aber union ist auch schwierig union ist auch schwierig weil da kriegst du ja keine karten und leipzig kannst du schon karten kriegen und das ist als erste auswärtsfahrt ähnlich wie wolfsburg ja das ist nicht so weit ja das ist manche leute wohnen brandenburg und fahren auch anderthalb stunden ins olympiastadion und da würde ich mich halt sehr freuen wenn manche da hinfahren und dann mal sehen wie geil so eine auswärtsfahrt das vielleicht haben die dann auch unabhängig von mir mal lust eine auswärtsfahrt zu machen und das fände ich natürlich sehr sehr geil habe eine billige verbindung gefunden hin für 999 mit bus und zurück mit ice 35 99 für ice ist das echt günstig da kommst du auf jeden fall richtig schnell an holger clueless mein lieber freund danke für 100 bits erste auswärts aus landsfahrt auswärtsfahrt meinst du hoffentlich wäre geil wenn du wenn ich dich dazu anstiften kann 40 euro hin und zurück mit zug eine stunde 15 fährt man ja und wenn man halt noch mehr geld sparen möchte kann man auch mit regio oder so fahren ich weiß gar nicht ob hertha das werden wir dann noch sehen sonder züge macht das war ja früher auch immer ganz geil oder sonst kann man auch mit regios fahren da kannst du wie erst gerade geschrieben hat wahrscheinlich schon für zehn euro hin und zurück fahren also wenn man da sagt das ist mir sonst zu teuer da gibt es auch günstigere verbindungen ist auf jeden fall eine geile idee wann ist der vorverkauf für rb kann ich den ich weiß nicht wo weiß das einer nach welchen kriterien die die karten zur verfügung stellen ich weiß es wirklich nicht ich meine jetzt ist ja alles terminiert in der runde jetzt könnte man eigentlich anfangen aber es gibt ja auch noch nicht für alle heimspiele tickets jetzt ist ja erst mal der dreierpack glaube ich mit tickets ja gute frage mario gutes du fragst habe ich nämlich vergessen zu erwähnen also das heimspiel wird wieder im block p5 sein ja also ich oder warte mal wo sitzt du dennis vielleicht können wir da in der nähe sitzen welche ist das p4 oder was ist das bei dir dennis du geile sau auf jeden fall dank von der bits mario sage ich dann auf jeden fall noch mal bescheid noch gibt es die tickets ja eh nicht also sobald die tickets draußen sind zeige ich euch auch welche tickets ich mir geholt habe und dann könnt ihr wenn ihr lust habt müsst ihr natürlich nicht vielleicht sagt ihr euch auch community treffen ist ja schön und gut aber dann soll der typ sich verfatzen mach dich weg dann könnt ihr wenn ihr lust habt so nah wie möglich um uns rumsitzen halt mit denen ich hingehe ich guck mal vielleicht bringe ich sogar sergen mit oder so ja also spricht eigentlich nichts dagegen dass man sich davor noch trifft ja also ich versuche p4 ist das okay dann werden wir wahrscheinlich p4 machen ist überhaupt kein problem sich davor zu treffen ich muss das dann noch mal mit dennis absprechen dass wir wirklich rechtzeitig hinfahren und dann werde ich das einfach posten wo ich da bin ja mache ich euch bei instagram eine standort beschreibung oder so und poste dann wo ich jetzt bin ich werde euch dann natürlich auch vorher sagen um wieviel uhr das sein wird damit ihr auch rechtzeitig da seid vielleicht machen wir das auch dass wir uns in einer stadt treffen oder so ist halt auch schwer war müssen wir irgendeine kneipe finden ich weiß ja nicht wie viele dann kommen genau aber ich freue mich auf jeden fall sehr wenn ihr dahin gefahrt würde ich richtig geil finden knapp zwei wochen vorher knapp anderthalb wochen vorher dann haben wir noch zeit dann wird es wahrscheinlich anfang oktober die tickets für leipzig geben und dann können wir dann fahren kaminski du geile sau grüß dich schön dass du da bist eliat gestern im audi dom ausverkauft einen cup vermast veranstaltet der lief auf rtl plus und hatte einfach 400k zuschauer das ist auf jeden fall krass schade auswärts kann ich an dem tag nicht aber gegen kölle bin ich dabei ja dann ist das ja schon mal wenigstens gut und es wie gesagt es wird auch nicht die letzte auswärtsfahrt sein wo man dann zusammen wenn ich jetzt die erste gemacht habe und dann testet man halt mal wie das klappt wenn ich dann poste wo ich bin ob man sich dann trifft oder ob das nicht klappt und dann kann man für die nächsten male wo man auswärts fährt das auch an wieder organisieren ist ich will jetzt einfach erst mal wenn ich nur zwei leute dazu kriege dass ihre erste auswärtsfahrt nach leipzig machen das fände ich einfach geil fände ich einfach ganz herzlich dein michael p punkt danke für dein stufe eins abo sechs monate am start klärst den championship pokal du geile sau von der wiege bis zur bahre härter ist das einzig wahre und felicitas streams oder streamen haue mein lieber so also haben wir alles organisatorische abgehakt jetzt würde ich sagen machen wir noch ein bisschen tommys coffee talk bevor wir in die erste reaction reingehen das heißt ihr könnt mir fragen stellen am besten nicht zur schiedsrichter entscheidung da habe ich jetzt ausführlich in zwei videos darüber gesprochen das wäre ein bisschen doppelt gemoppelt aber stellt mir gerne fragen oder anregungen und dann antworte ich darauf doch war ich ich habe dich sogar gesehen aber ich habe nicht rechtzeitig mein handy zücken können ich habe dich sogar gesehen du standest vor der ostkurve habe ich gesehen habe alles verpasst er muss den stream danach noch mal von vor ich fange jetzt nicht noch mal an also zwölfter elfter ist gegen köln community treffen und uhrzeit kommt noch tickets kommen auch noch wo wir dann sitzen und 15 10 auswärtsfahrt nach auswärtsfahrt nach leipzig wo wir uns dann vor ort treffen können spontan ja kaminsky kann leider nicht kommen kann leider dem nicht beiwohnen es ist ich habe jetzt alles versucht aber dadurch diese bescheuerten terminierungen immer am sonntag wo ich ja dann definitiv kein community treffen machen werde sind halt alle möglichen spiele rausgefallen dann war nur noch bayern und köln und bayern weiß ich nicht fände ich wie gesagt komisch also ich wäre tendenziell eher auch wenn es gering ist aber wenn er immer größer ich wäre tendenziell eher ich wäre tendenziell eher dass wir zusammen paar leute mehr ins stadion kriegen und das brauchen wir jetzt nicht unbedingt gegen bayern außerdem sind die karten vielleicht auch für manche leute einfach zu teuer ja da muss man ja auch mal dran denken und ich bin noch nicht sauer ich freue mich natürlich auch wenn leute einfach nur zum community treffen kommen freue mich aber umso mehr natürlich wenn ihr dann auch ins stadion geht ja felice und ich haben alles versucht schreibt kann wenn es gerade ist wirklich so ja selbst die auswärtsfahrt klappt ja nicht ich hatte dann noch gesagt ja vielleicht kannst du ja mit zur auswärtsfahrt kommen nach leipzig aber das geht da kann er auch wieder nicht aber er muss halt auch viel geld verdienen nicht ohne grund ist er hier sub gift leader ja das ist ist halt leider so aber wie gesagt aufgeschoben ist nicht aufgehoben dann freut man sich umso mehr aufs community treffe nummer vier wo wir dann kaminsky sag ich mal jetzt zu 99 prozent dabei haben wenn er nicht gerade wieder im urlaub oder auf business veranstaltungen ist hey kaminsky alter ach kaminsky du bist doch wirklich einfach unfassbar großzügig wird gerade sympathisch sagen das bist du auch aber du bist doch einfach wirklich unfassbar großzügig digger oh man ey oh man ey vielen vielen dank mein lieber kaminsky 1 9 8 7 für 50 sub gift zu geile sau ein toast auf dich als wärst du ein sandwich maker du bist wirklich unbeschreibbar alter es ist wirklich nicht mehr zu beschreiben deswegen gibt es ein dreifaches bämm 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 habe ich nämlich auch noch nicht gemacht ey es ist wirklich mega groß wie alter 1800 ne 1838 verschenkte abos alter du bist wirklich absolut geisteskrank vielen lieben dank guck mal wie viele kaminsky im chat sind alter absolute subgroove legende auf jeden fall auf jeden fall digger vielen vielen dank es ist wirklich ultra 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 nett liebe geht raus es tut mir so leid ich habe ja wirklich es ist ja keine ausrede ich habe wirklich alles versucht es so zu drehen dass du dabei sein kannst aber wie gesagt nicht zu lange traurig sein nächstes mal bist du dann dabei das habe ich zwar letztes mal auch schon gesagt aber diesmal kriegen wir es wirklich hin nächstes mal kriegen wir es wirklich hin ganz herzlich dein michael p. oh 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 wer hat denn da abonniert da kann er auf jeden fall mal ein paar kostenlose bahntickets hier rausschmeißen für die community deutsche bahn herzlich willkommen in der edelmann community danke für dein primeabo ja ich erwarte ein paar kostenlose tickets nach leipzig oder wie sieht das aus danke dir mein lieber wer auch immer du bist wahrscheinlich ein großer deutsche bahn fan ähm ey kaminski ich bin immer noch äh geflasht ja du bist wirklich da geht nichts als liebe raus mein lieber deutsche bahn lol äh ja mit den äh tickets ich muss ehrlich gestehen ich bin da gar nicht so in der thematik welchen grund hat das warum man die ablehnt die äh online tickets ich weiß wirklich nicht ja ich habe es mitbekommen dass das gefordert wird natürlich aber ich habe den ich kenne die hintergründe nicht grüne oder nachhaltigkeits äh fetischisten würden jetzt sagen das ist doch völlig unverantwortlich tickets heutzutage noch zu drucken ähm gut kick in die runde was hat kaminski wieder angestellt na was denn wohl na was denn wohl da rollt wohl gerade der sonderzug an das glaube ich auch da habe ich zu laut über den sonderzug gesprochen dann kam direkt die deutsche bahn hier rein ähm keine fankultur aber deswegen darfst du dir doch nicht das leipzig ticket entgehen lassen mein lieber ich kann es auch für dich holen wenn dir das hilft ähm ähm mario dank von der bits ähm die deutsche bahn war zumindest laut sara von der strickloge der beste sponsor der grund sie fährt immer durch wolfsburg durch und hält dort nicht an das ist auf jeden fall haben die das heute gesagt man hört doch mal auf zu spoilern ich wollte mir das mit euch noch reinziehen entweder heute oder morgen morgen wäre so eine geballte äh strickloge erst bin ich bei der strickloge und dann ist die strickloge bei mir ganz herzlich dein michael oh hammer graphics mein lieber wie hat äh euch der stadionbesuch jetzt gefallen ich hoffe es war cool hammer graphics war das erste mal mit seiner tochter im stadion und seiner herzdame ich hoffe es hat dir hat allen gefallen die stimmung war also besser hätte man von der stimmung und vom spiel her hätte man sich ja kaum ein besseres spiel aussuchen können eigentlich ne pille 1803 mein lieber deine stufe 1 aber 16 Monate am start einen Toast auf dich jetzt wirst du ein sandwich maker kaminski jetzt ist kaminski so traurig dass er gar nichts mehr reinschreibt hier äh bitte heute schon strickloge ja es geht eine stunde 20 digga müssen wir mal gucken wie wach ich nachher noch bin ich muss ja ihr wisst ja morgen wieder um 5 Uhr raus aber ja vfl Wolfsburg wird heute 77 Jahre alt ja da ist mein Opa und meine Oma älter sag ich euch ehrlich wie es ist und meine Mutter ist sogar älter als Union naja gut nicht ganz fast das heißt meine Oma und mein Opa haben mehr Tradition als der vfl Wolfsburg ähm war auch das erste Mal mit meinem Date im Stadion cool sehr sehr nice Lucy war begeistert äh sie will wieder hin wir überlegen jetzt Familienmitgliedschaft zu machen sehr geil sehr geil Sredavi grüß dich drei Ibo Videos der hat doch nur ein neues Video was wir noch nicht gesehen haben oder hat der schon drei neue ähm was ist äh dann was ist man dann als Tabellentürer was meine Aufstellung für Mainz wäre Olli Kenny Kämpf Dardai Platty Toussaint Richter Serdar Dodi Kanga Konga Ejuke naja ich werde nochmal äh mein Video ich mach mit ey mein Video zu meiner gewünschten Aufstellung und zur Gegneranalyse wird schon Mittwoch kommen weil Mittwoch wird wahrscheinlich schon die Pressekonferenz sein sollte die PK doch erst Donnerstag sein machen wir es Donnerstag aber nicht wie gewohnt erst am Donnerstag das Video oder Freitag wenn wir mal ein Sonntagsspiel haben sondern schon am Mittwoch wie wird man Wolfsburg Fan das ist einfach ein Oxymoron muss ich sagen das geht eigentlich gar nicht warte mal den 17. Spieltag ab dann reden wir weiter Union ist dann weit weg vom ersten ach komm Union also ich muss mal sagen ja natürlich ganz herzlich dein Michael bin ich auch befangen weil ich Hertha Fan bin und mega gedemütigt werde von Union die ganze Zeit aber ich muss mal sagen umso besser Hertha spielt äh desto mehr ist mir Union eigentlich egal also ich muss es ja auch ein bisschen verdrängen aber desto mehr ist es mir egal auch wenn das mich natürlich schon sehr hart getriggert hat zumal ich wirklich finde vielleicht kommt es mir aber auch wirklich nur durch meinen Filter so vor weil ich nicht äh Union nichts abgewinnen kann aber es kommt mir wirklich so vor als ob Union also das Glück gepachtet hat ja egal ob es Entscheidungen sind Freistöße der Freistoß gegen Bayern war ja zum Beispiel auch kein Foul äh Freistöße Elfmeter äh Tore die sie erzielen die haben immer Glück immer und dazu kommen natürlich noch gute Leistungen aber immer diese 50-50 Sachen entscheiden sich immer für die alleine dieses Tor vom Bäcker wieder das dann entscheidend war ja was war denn das schon wieder für ein Tor oder war das dann am Ende doch sogar ein Eigentor ich weiß es gar nicht wie die das gewertet haben aber das ist schon sehr krass was sagst du dazu dass Richter von Anfang an spielt äh steht das schon fest oder was ich fände es so wie ich würde es auf jeden Fall begrüßen aber nicht auf dem Flügel weil dann müssten Luke Bakio oder Iyuke raus was ich nicht äh befürworten würde sondern ich würde ihn wirklich lieber in der Mitte äh vorne sehen oder als hängende Spitze Champagne Baller danke für Prime Abo Nummer 7 mein Lieber ähm Oliver Runert hat einen Pakt mit dem Teufel ja wer weiß wer weiß meinst du Richter könnte hinter Konga als eine Art hängende Spitze Zehner spielen und dann mit einem Achter und einem Sechser wäre das was ja wie gesagt bin ich absolut dafür vielleicht müsste man dann tendenziell eher mit zwei Sechsern spielen weil es doch sonst arg offensiv wird aber Richter ist ja auch wenigstens einer der nach hinten arbeitet ja der kämpft ja der rennt immer kannst ihm nicht absprechen und das ist jetzt in den in dem Spiel glaube ich ich habe noch nie in keinem Spiel so einen guten Richter gesehen ja alleine wie er diese Elfmetersituation vorbereitet hat ne erstmal diese Ballannahme wo er einen Gegenspieler aussteigen lässt und dann dieser perfekte Ball zwischen die Abwehrkette von drei Spielern perfekt in den Lauf also wirklich Hut ab äh vor der Leistung von Marco Richter unabhängig auch von seinem Tor wahnsinnig gut gespielt ich finde gerade Richter als Joker ganz geil der bringt immer eine Portion Pep rein ja da kannst du halt auch mal was nachlegen wenn die andere Mannschaft schon so ein bisschen ja sagen wir mal ausgepowert ist und dann kommt noch mal so ein übermotivierter Richter aber natürlich hat er es sich mit so einer Leistung auch mal verdient von Anfang an zu spielen allerdings nicht äh allerdings nicht für Luke Bakio oder Ejuke muss ich sagen Bobic damals Masterclass Berichter ey jetzt warten wir erstmal ab also sieben Millionen finde ich immer noch viel da muss schon noch ein bisschen was kommen damit sich das rentiert aber dennoch ne diese Saison ähm not bad wie eine Couch schau dir mal die Statistiken äh der Bundesliga an Union hat die meisten Fouls aller Mannschaften begangen und gleichzeitig die wenigsten gelben Karten das sind einfach aktuell Everybody's Darling in der deutschen Fußballwelt und auch bei den Schiedsrichtern ja also ich weiß nicht ob äh ob wirklich tatsächlich ähm manchmal auch ein bisschen gerade bei kniffligen 50-50 Entscheidungen nach Sympathien entschieden wird ich hasse es aber auch sich so in so eine Opferrolle zu begeben ja ich finde das so mega uncool egal wo im Leben wenn man zu sagen ja wir sind nur so schlecht wegen der Schiedsrichter und so ja vielleicht gleicht sich am Ende auch alles aus ich mag das einfach nicht ja natürlich habe ich jetzt auch mega auf den Schiedsrichter rumgehackt aber ich feiere sowas einfach nicht das ist immer so eine keine Ahnung Weichei-Mentalität das mag ich eigentlich gar nicht ganz ehrlich aber ich verstehe natürlich absolut was du meinst aber ich will da immer nicht so man verliert sich dann schnell da drin ich will da immer nicht so reinverfallen weil das nervt mich bei anderen Mannschaften auch oder bei anderen Fangruppen auch wenn die dann immer nur rumjammern das äh ja ihr wisst schon was ich meine Mario danke für nochmal 100 Bits wenn Selke sein Gehalt rechtfertigen müsste was er bis jetzt bekommen hat dann fehlen doch 60 Tore ja vielleicht macht er ja diese Saison noch warum reden warum warum reden wir immer über Union lass uns doch einfach mal freuen dass unsere Jungs wieder kämpfen und mit Leidenschaft spielen egal was die anderen ja ist ja auch so also am Ende ist es ja auch so ähm dass man ähm also du hast es ja im Stadion gesehen ja also wenn das bei Platz 15 dem wir jetzt sind nicht eine Wertschätzung ist wie wir mit der Mannschaft gefeiert haben dann weiß ich auch nicht mehr also das sieht ja jeder und das schätzt ja auch jeder also ich sehe hier keinen Rummeckern über Hertha im Gegenteil ich bin wirklich positiv beeindruckt wie das Sandro Schwarz macht ganz herzlich ein Michael P-Punkt und äh von daher ähm ist es aber auch nicht schlimm sich mit jemandem der absolut überperformt zu vergleichen ja weil am Ende ist es auch so wenn du dich mit besseren vergleichst wirst du selber auch besser hast du andere Ziele das ist immer ich sag immer das Beispiel äh wenn du einen 10 Kilometer Lauf machst ja oder sagen wir mal einen 2 Kilometer Lauf machst und du rennst immer deine Runden und Bahn renn die mal alleine ja weil du sagst du kannst ja sagen ey du musst dich auf dich selber konzentrieren und nicht auf andere und renn die Bahn mal mit einem der eigentlich äh so 30 Sekunden schneller ist als du dann guck mal bei welchem äh Durchlauf du besser abschneidest das ist einfach jetzt mal so bildlich ausgesprochen äh natürlich meckern wir dann viel drüber aber trotzdem äh sollte einen das auch motivieren im Vergleich ja wir spielen ja nun mal gegen andere Mannschaften und dann musst du dir halt auch mal den größten Konkurrenten anschauen ja Leif Master danke von der Bitz so sieht's aus nicht jammern Mund abwischen und weiter ja eben und außerdem brauchen wir auch nicht jammern weil das war ja jetzt nicht so dass wir so gespielt haben und sagen müssen oh man wir hätten das gewinnen müssen weil die nächsten Spiele werden so schwer nö nö wir haben so gute Leistungen gebracht gegen so gute Gegner da mach ich mir gar keine Sorgen ich mache mir gar keine Sorgen wir müssen einfach so weitermachen und wenn wir so weitermachen dann ist es auch scheißegal dann kann der Schiedsrichter noch so oft äh Elfmeter zurückpfeifen ja und deswegen absolut bin ich vollkommen deiner Meinung Leif Master Dennis du geile Sau danke von deinem Selke Bitz immer wenn er erwähnt wird oder was ähm neues Community Mitglied BMS Liam danke von dein Prime Abo du geile Sau Werder Bremen Fan hier in unserer Community herzlich willkommen äh Skalp grüß dich mein Lieber kann den Konga Hate nicht verstehen seid mal geduldiger wenn man sieht wie er ackert ist das ein deutliches Update zur letzten Saison mit Selke und so der LKW äh nicht unbedingt der war krass äh ich hab da auch kein Hate ich fand nur wie gesagt aber das da trübt auch manchmal die Wahrnehmung dass ich als ich im Stadion war gesehen hab dass er gefühlt jedes Kopfball-Duell verloren hat als ich dann aber ähm als ich dann aber ja mir die Statistik angeguckt hab war es anscheinend gar nicht so ja also entweder ist die Statistik falsch oder ich hab ja wie gesagt manchmal hat man auch so einen Fokus dass man irgendwie was komplett einschätzt falsch einschätzt ne äh Tom kannst du irgendwelche Business-Wirtschafts-Mentalitätsbücher empfehlen also wenn du es noch nicht gelesen hast das war mein erstes Buch damals und damit sollte man auch anfangen absoluter Klassiker think big and grow rich das heißt ähm denke groß und werde eine Hexe ne think big and grow rich von ähm Napoleon Hill gibt's auch als Hörbücher kann ich dir empfehlen äh bin jedes Mal überrascht wie schnell ich bin wenn ich äh Gegenspieler hinterher renne ja absolut ich fand das letzte Spiel das Schwächste von ihm ja er hat schon viel geackert aber ich fand's auch nicht so gut muss ich sagen aber trotzdem würde ich's weiter mit ihm probieren äh danke nochmal für die nette Unterhaltung am Samstag im Stadion meine Freundin äh hat sich sehr gefreut ja gerne ich hatte zwar schon leicht einen äh also ich sag mal so ich hab ein bisschen viel ähm Apfelschorle getrunken aber äh war sehr nett muss ich auch sagen äh 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 wenn ich schon Säke höre bekomme ich jetzt prima Gänsehaut ihr seid ja gut losgeworden mit eurer Abstiegsstrategie damals das war ja ganz clever von euch gemacht muss man sagen ähm der neue Investor von Chelsea hat Tuchel im Sommer eine 4-4-3 Formation vorgeschlagen hab ich auch gelesen ich hab immer noch nicht ganz verstanden wie das gemeint war irgendwie meinten die ohne Torwart oder so ich hab's immer noch nicht ganz verstanden was die damit sagen wollten Konga hat alle Kopfball-Duell verloren ja laut Statistik nicht ja hab ich auch so gefühlt ich hab ein ein Kopfball-Duell gesehen was er gewonnen hat aber laut Statistik nicht ähm hab dich oft mit einer Cola gesehen ja das wollte ich jetzt nicht erwähnen irgendjemand hat grad geschrieben hallo zum 4. Mal aber ich weiß nicht mehr wer weil diese Nachrichten wenn so viele Leute schreiben das ist nicht böse gemeint aber ich seh einfach nicht alles die Nachrichten gehen so schnell runter will hier jemand einen Dux äh ich tausche ihn gegen einen Selke wenn du's machst wie fandest du die Stimmung gegen Leverkusen fantastisch gerade im Vergleich zum Spiel gegen Dortmund war viel viel besser richtig krasse Stimmung wirklich und auch danach wir gucken uns das gleich nochmal an Gänsehaut ganz ehrlich ähm hat er hier grad noch irgendwas gelesen was ich vorlesen wollte ach Chiara Chiara zwar nicht mein erster Dreier aber das beste Spiel unserer Hertha was ich bisher im Stadion gesehen hab jetzt einfach so weitermachen und dann holen wir auch die Punkte stimmt du wolltest ja endlich meinen ersten Sieg sehen wenn du im Stadion bist aber das wird diese Saison kommen musst nur häufig genug hingehen danke für 100 Bits meine Liebe so jetzt Marco war's grüß dich mein Lieber ja sorry ich seh's wirklich nicht wenn so viele Nachrichten kommen dann überliest man das einfach leider fühlt euch nie ignoriert oder so manche Nachrichten ignoriere ich wirklich ja weil ich einfach keinen Bock hab drauf zu antworten oder so aber die meisten ignoriere ich nicht mit Absicht sondern das ist schwierig da auf alles zu antworten wenn hier so viele Nachrichten reingeflattert kommen ähm hast du nicht in deinem Video gesagt dass Kanga nur 1 von 10 Kopfballduellen gewonnen hat ja so kam's mir vor so hab ich mitgezählt aber ich hab natürlich auch nicht von Anfang an mitgezählt vielleicht hat er die ersten 5 Kopfballduelle gewonnen und hat dann insgesamt 5 von 15 gewonnen keine Ahnung aber so kam's mir vor als ich mitgezählt hab ja äh Saftbauer was sagst du dazu dass Bernstein dazu aufgerufen hat das Stadion voll zu machen und nur 40k gekommen sind äh da sag ich dir mal eine Sache zu die die geschätzten 40.000 Zuschauer ja die Max Jung bei der Pressekonferenz angegeben hat oder die machen's ja immer so die sagen wir rechnen mit so und so vielen Zuschauern und so viele Auswärtszuschauern ich denke dass zu dem Zeitpunkt wo er das gesagt hat vielleicht so 33.000 35.000 Karten verkauft wurden und normalerweise werden nochmal so 2.000-3.000 mehr verkauft am Spieltag gerade an einem Samstag kann's dann auch nochmal mehr werden vor allem weil wir dann gegen Augsburg gewonnen haben ich denke schon dass es einen Effekt hat ich hab's ja selber an Hammer Graphics gesehen und an vielen aus der Community die mir geschrieben haben ich hab mir ein Ticket gekauft äh weil Kai uns nochmal dazu aufgerufen hat ich glaube einfach dass die Schätzung vorher schon sehr sehr aufgerundet war ja und ich glaube dass wenn Kai das nicht gemacht hätte dass wir zumindest mal nicht die 40.000 geknackt hätten da bin ich mir fast sicher andersrum muss man auch sagen wie viele Leute äh sehen das tatsächlich wir können ja gleich nochmal gucken wie viele Leute die dieses Bernstein Video gesehen haben und den Instagram Post lass es 10.000 sein ja davon haben schon ganz viele eine Dauerkarte oder eh schon eine Karte gekauft äh also wie viele Leute die noch kein Ticket hatten an den Tag Zeit haben Michael E. Punkt kann er überhaupt äh ansprechen und da wirklich zu bewegen aber ich denke trotzdem dass es was gebracht hat falls du es wissen willst aber das ist sowieso mega schwer zu messen aber ich denke die können das schon messen weil die ja normalerweise Zahlen haben müssten der letzten 10 Jahre äh wie viele Zuschauer kommen dann immer noch also Tickets 3 Tage vorher und wie viele kommen dann noch tatsächlich wie viel Prozent mehr kommen dann noch am Spieltag und ähm dann kann man ja mal so den Schnitt nehmen und gucken wie viel mehr das waren vielleicht war es auch wirklich unerheblich weiß ich nicht aber ich glaube schon dass es einige bewegt hat hinzugehen Kinski 5 danke für dein Stufe 1 Abo dritter Monat am Start klärst du die Meisterschale genau also äh Hammer und seine Familie hat er erreicht und dann hat er vielleicht auch damit gleich noch ein neues Mitglied gewonnen ja muss man ja auch mal sagen ähm die Ticketpreise lassen ist halt auch nicht zu sonst denke ich dass ein paar mehr da gewesen wären wobei gegen Leverkusen war es jetzt nicht so teuer glaube ich also da wurden ja auch ganz viele Blöcke nicht aufgemacht muss man auch ehrlich dazu sagen aber dadurch fallen natürlich viele günstige Tickets weg die eigentlich noch verfügbar wären und dann sind nur noch die teureren da in den Blöcken die halt auf sind aber am Anfang waren ähm die Tickets ähm ähm günstiger auf jeden Fall als gegen Dortmund die Resttickets waren aber trotzdem ist es natürlich saftig und man braucht sich auch nichts vormachen ich habe es ja schon mal gesagt es gibt ja eine Sparkassenstudie dass mittlerweile äh 60% der Deutschen ihre kompletten und darüber hinaus äh monatlichen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeben oder irgendwas zur Seite legen zu können ja und das ist äh wird natürlich bei jeder Inflationsrate die monatlich reinflankt äh nicht weniger muss man einfach mal so sagen ähm 40k sind normal gegen Leverkusen Kartenwarn Kategorie 3 hätte mir 46k hofft ja das sind aber das sind auch noch Nachwirkungen der letzten drei Jahre muss man einfach mal so sagen lass uns mal eine Saison so spielen wie wir jetzt in Anfang der Saison gespielt haben und dann kommen nächstes Jahr auch wieder 50.000 und wenn wir ein neues Stadion haben ist es sowieso anders bei dem 2-2 von Leverkusen haben wir unsere Plätze nicht genau gesehen dass dieser Asmun den Ball durchgelassen hat mein Vater dachte es war ein härter Spieler und hat gesagt wer lässt ihn denn da durch das war bestimmt Uremovic ja da kann man nicht falsch liegen ja erstmal den Uremovic beschimpfen und dann ist gut oh Goldmann ist auch da ich finde es in Main schwierig Richter ist für mich offensiv ausgerichtet und neben Serdar auf der 8 ist das vielleicht ein bisschen zu viel würde Richter gerne vorne sehen hat er in Augsburg doch gespielt als Stürmer gerade bei seinem Lauf einfach mal probieren ja ich meine wenn wir sowieso ohne hohe Flanken in die Mitte spielen dann kannst du auch einen Richter auf die falsche 9 stellen weil bisher ist es ja so wenn dann wird Konga tief geschickt also ich habe bisher noch keine Flanke auf den hoch gesehen die ankam Twitch Sub Twitch Sub ist halt teurer tatsächlich ist ja Twitch Sub billiger geworden sogar es hat glaube ich früher 4,99 oder 5,99 gekostet aber da kommt bestimmt auch irgendwann eine Erhöhung also die haben das letztes Jahr mal 1 Euro günstiger also 25% günstiger gemacht oder 20% könntest du mal ein Update zum neuen Stadion machen ich bin gar nicht mehr auf dem ich auch nicht es gibt ja es gibt nichts Neues was ich mitbekommen habe Demirbay sagte im Interview nach dem Spiel dass es sehr sehr laut war im Stadion ich finde das Interview bloß nicht mehr im Netz es war auch sehr sehr laut ich kann es nur noch mal sagen stellt euch diese Stimmung mal vor in einer reinen Fußballarena ganz herzlich dein Michael P. David danke für dein Prime Abo vierter Monat am Start du geile Sau Ibo Ibo entspann dich mal Ibo rennt doch nicht weg wir sind die Woche fünf bis sechs mal online Ibo rennt nicht weg machen schon noch genug Ibo ich hab gesagt wir gucken jedes wir gucken jedes Video an wann beginnst du mit den Reactions ich muss noch auf die deutsche Bahn warten mein Lieber dann geht's los gerade ist September also nochmal billiger echt was kostet es im September dann ziehen die mir das doch wieder ab hier denkt ihr doch nicht dass die das machen was ist eigentlich mit Lord Windhorst man hört und sieht nichts mehr von dem was nein der hat einen richtig geilen Tweet rausgekommen habt ihr es nicht mitbekommen Lord Windhorst wurde irgendwo markiert und sagt was hältst du von der Elfmeterentscheidung Lars Arby und darauf hat der eiskalt geantwortet war für mich ein klarer Elfmeter richtig geil das hat man von ihm gehört kommt Ibo zum Community Treffen also ich bin ja mit dem im Kontakt ich werde ihn fragen also ich werde ihn einladen gerne gerne soll er gerne kommen fände ich sehr sehr cool ich will auf jeden Fall ich will auf jeden Fall ein Stadionvlog eigentlich drehen gegen Köln und auch gegen also wenn Hammer Graphics Bock und Lust und Zeit hat und auch gegen Leipzig auswärts kenne das Olympiastadion noch ohne volle Überdachung durch das Dach hat sich die Lautstärke enorm erhöht ja klar das war natürlich nochmal eine Ecke härter hinten offen oben offen das war natürlich nochmal ein bisschen schwieriger Herr Sokrates grüß dich hoffentlich ist Ibo in Mainz dabei das wäre auch cool eigentlich der war doch schon mal auswärts in Mainz aber da war er für Mainz das muss er wissen wenn er jetzt hier Stadionvlogs dreht wo wir jedes Mal drauf reagieren gehen wir danach auch kurz zu Olli Digga würde ich spontan entscheiden also würde ich jetzt erstmal so nicht einplanen die können ja gerne alle auch kurz bei uns vorbeikommen können wir dann spontan entscheiden je nachdem wie viele Gespräche wir schon geführt haben wie früh unser Bier leer ist wenn ich nicht genug oder unser Eistee meine ich natürlich wenn der leer ist dann müssen wir ja wechseln würde ich dann schauen vielleicht auch nach Leipzig ist denke ich näher für ihn und würde mich freuen wenn er ein paar Leipziger mit seinen langen Gliedmaßen auf die Eier geht das wäre natürlich auch eine Möglichkeit das wäre eine Möglichkeit für ihn auf welchem Tabellenplatz siehst du er hat am Ende der Saison das ist für mich überhaupt nicht einschätzbar Bundesliga ist überhaupt nicht einschätzbar und er ist recht nicht so früh der geht nach Augsburg am Wochenende der IBO echt okay schade das ist für mich ein